Sie wird hier sicher die Emble-Mitte sein von 8,49,89. Wir brauchen also etwa 1,06 pro 100 Meter. Wir brauchen also 1,06 pro 100 Meter. Für die Emble-Mitte brauchen wir 1,06 im Schnitt. Die Favorit haben hier sicher Svater-Oberson, die letztmalige Schweizer Meisterin, damals 8,50,81. Alle deutlich unter 1,06. Jetzt nur noch sie drauf und wir sind in der Emble-Mitte. Bei der Gleichzeit möchte ich mich auch noch bei den Zuschauern bedanken, dass sie bezahlreich erschienen sind. Wir kommen zur 200 Meter Marke, 2,12 für der Schnitt, wir sind 2,05, deutlich drunter. Das führt zu 2,05. Das führt zu 2,05. In Führung war Herr Oberson vor Stefanie Eisnerin und der Bankier in Svater. Wir kommen zur 300 Meter Marke, 3,11,12, 3,12, 55 und 3,14, 36. Die ersten drei Schöne sind immer noch unter dem Erdmitte Kurs. Allein! 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 Wir sind immer noch deutlich unter EM-Limitekurs, 4.16, 4.18, 4.20, 4.25, alle drei Schwimmerinnen unter EM-Limitekurs, Sarno bei Sonnen, Natationssporting, Schöne Rettvor, Stefanie Eisenring, Irmann Schatz, Zürich, und Iris Mathe, Schöne Rettvor. Alleris, der Passort! Für die Schülerinnen und Schülerinnen nachher bereithalten Adrian Pérez, Dominik Maestri, Damien Gurtwa, Jana Stampi, Maria Uboldowa, Letuzia Pérez, Frateria Ponser, Storbring, Martin Holm, Selimajor, Marina Indy, Anais Desplanche, Erf, erf! Jawohl, das hier. Allein! 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 Wir kommen zur 600, in der Marke, Zwan-Romersonen, deutlich in Vierung. 6,25, 6,26, 0,1. Sie ist freundlich unter der EM-Konflikationsstelle, der bei 6,26. Für die anderen beiden Schwimmerinnen wird es langsam enger. Alle, 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 alle. 155 Meter, Zwan-Romersonen, deutlich in Vierung. Nathersoner Sportlief Schönef. Jetzt Zweikampf Stefanie Eisenring. Hier ist Nathalie. 125 Meter noch für Zwan-Romersonen. Zwan-Romersonen, bei 7,31, 69. Dahinter knapp. Stefanie Eisenring, Boyeus, Matthei. Alle drei Schwimmerinnen immer noch unter der E-Konflikationsstelle. Alle, 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 alle. Alle, alle! Die E-Konflikte Nummer 3,49, 89. Letze 50 Meter in Trieswar-Romersonen. Alle, 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 alle! Alle, alle! 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 Die Jey Swatey kam von Platz 2 und 3 und natürlich die EM-Bedeutung. Schlag-Oberschon in den letzten 10 Metern. Sie bringt die Abfahrtvollstehung in der zweiten Zeitung. 6 und 3, 3 und 4. Die EM-Bedeutung ist sicher. Und Platz 2 und 3. Zweiter Witt auf der Bahn. 5, Stefanie Eiseningen. 8, 6 und 4.